Dobstep Hallo und Herzen Willkommen Du musst aber nochmal üben Das war doch authentisch Oh ja Mach mal Beatbox Komm, hau ich die rein Hau ich die rein Ich weiß dass du es kannst Ich hab schon 14 Level Ich hab schon 17 Aber du bist gestorben Holy shit man Oh das lass ich jetzt einfach mal hier stehen Und hier gehts nicht weiter Hier auch nicht Ah hier gehts ein bisschen weiter Party Kinderflockenlade Warum bist du nicht mehr drin Bin ich Ach so Wieso, hä? Was ist los? Was denn? Nein nicht, schon gut Schon gut, schon gut Mein Junge Ich hab noch keinen einzigen Diamanten gefunden Armer Junge Hast du ihn gefunden? Nö aber ich hab Eisen und Kohle Mit Style und das Gelb Ich glaub wir brauchen auch Keine Diamanten für den Eta, oder? Ich glaube nicht, ne? Aber wir müssen noch in die Hölle Und... Ach doch, brauchen wir Warum? Wir müssen... Ach ne, wir können auch Wassereimer und Labe Eimer nehmen Hä? Okay Wir brauchen Glowstone Achso, ja Oh Mann Oh Mann Dass man die alles dreimal erklären muss Ja, sorry man Und jetzt geh ich nach oben Weil ich die Schnauze voll von dir hab Ich komm mit Ich geh einfach nach oben War das nicht mal so eine Super RTL Band oder so? Ja, ne das ist voll scheiße, vergiss es einfach Schlagst dir einfach aus dem Kopf Oh, meine Hand ist eingeschlafen Lol Wie kann das denn passieren? Ich weiß es nicht Immer wenn ich zocke, schläft sie ein Und immer wenn ich auf ihr draufliege Wieso solltest du das tun? Weil ich immer auf meiner Hand schlafe Gibt vielleicht kranke Menschen, ne? Okay, immer zum Mittagsschlaf 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 Heiaboo-Schlaf Den Babybonus Ja, tu nicht so als ob du noch nie Mittagsschlaf gemacht hast, ja? Das nennt, ich Das verschmilzt immer so Zwischen Nacht und Mittagsschlaf dann hier, weißt du? Ach, dann überträgst du das gleich Genau Nimmst dir, ach es ist eh dunkel Schlaf ich mal weiter Genau Oh, wir sind in der Winterwelt In der wunderschönen, wilder Willkommen zu Winterwonderland Yeah Ich hab keine Ahnung wo wir sind, Alter Ach, das finden wir schon Dahinten leuchtet irgendwas, da geh ich hin Wieso war Keys? Ach, ich weiß nicht wo wir sind, glaub ich Ach, ich weiß nicht wo wir sind, glaub ich Ach, wo ich bin Ich teleportier mich dann einfach Nein, das tust du nicht Aber warum nicht? Weil du mal richtig nach Hause kommen sollst Okay, dann lauf ich hin Ich muss mich ja, ich muss mich auch orientieren Ja, das, du kannst es ja auch so gut Wenn ich's finden würde Wenn ich's finden würde Ach, da ist es Ähm, F3 genau Oh, ein Creeper Wow, 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 wow Ah ja, okay 42 Ich will mal wissen, ob du nicht etwa läufst Ja, ich weiß gar nicht wo ich bin Ja, ich weiß gar nicht wo ich bin Nein, Lava Scheiße, Mann Lauf, lauf erstmal Richtung Wüste Und wenn du bei der Wüste bist Musst du einen großen Felsen, der beleuchtet ist Okay, hier ist ein Lava-Becken Ich bin auch unter Tage, Mann Ich bin auch unter Tage, achso Ich bin schon lange bei einem Haus Ja, ja, das sagen sie alle Warum haben wir noch zwei Hühner? Weiß ich nicht, sind die ausgebüxt? Die können doch gar nicht ausbüxten Ich weiß, aber trotzdem Sind ja weg, ne Warte, wie hoch geht das noch? Ah, okay, da Wieso kommt das? Ist das Wasser? Oh, und da oben sind's Geld, ich hör's schon We-weißt du, was grad passiert ist? Nope Die können einfach so, die kleinen Hühner können einfach so durch, unter den Zaun durchgehen Roffel Ähm Leute, ich hab Samen Kommt her Fuck man, fuck man Fuck Komm rein Fuck man Du dreckiges Chicken, Alter Komm doch einfach rein Hier Guck mich an Ja, jetzt komm Okay, ich bin in diesem Ich bin in diesem Schneebiom Der in Laufrichtung Wüste, falls du die schon siehst Ich sehe hier gar nichts, sie sehen nur schneebedeckte Bäume Ja, ich hab zum Glück noch Wüste gesehen Hier ist Wasser Da drüben ist Du bist kacke Ich was? Du bist langweilig Ich hätte das nicht gefunden, man Kannst dich mal hinlegen, nochmal kurz Natürlich Schnell, schnell, schnell Nein Ist heute gerade Tag Nema Ich weiß gar nicht in welchem Bett du liegst, weil ich dich Ja, ist ja Ich sehe Ist doch gut Lass mein Eisen in Ruhe, Monsieur Hier Oh, Clown Kann ich den Ofen benutzen? Ja, kann ich Ja, und ich bau dir da sogar noch einen hin Hier So Du sollst sie aber nur in Ruhe lassen, weil ich mir jetzt erstmal eine Rüstung machen werde Lass meine Rüstung, so sind sie Ich mache jetzt mal eine Doppelkiste Ja, komm, Emerald rein da Stein, Arrow Es wird meine private Kiste, denk dran Ein Tanz Statt da erstmal Ja, dann mache ich auch eine private Kiste Wenn du es so willst, dann mach ich auch eine Ja, dann können wir das gerne machen Nee, war nur das so, also Ja So Penis Zieh mal alles ins lächerliche ziehen, ne Das du immer alles ins lächerliche ziehen, ne Das du immer alles ins lächerliche ziehen Du musst dich schon wieder überbehinderte lustig Quatsch Ich würde mich niemals überbehinderte lustig machen Dafür bringen die mich viel zu oft zum Lachen So So ne Scheiße So So, was kann man hier rein machen? Gar nichts Ich kann nochmal ein Schwert machen, genau So Sechste Level Wir bräuchten ein Enhancement, die Stehst du? Ja, besorgt zwei Diamanten und Obsidian abbauen Drei Dann mach ich dir vier Ehh Nein Das ist uncool Sind es Deaks, dass sie in die Dinger gewachsen? Nein Wir bräuchten ihren Meserator, damit wir nichts verschwenden Ich bin so Ticket geschädigt Ich bin so Ticket geschädigt Du wirst mir als Ticket geschädigt Du wirst mir als Ticket geschädigt Deine Kiste Nice 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 Ich hab ein paar Weizen, aber es sind noch nicht so viele Ich müsste noch ein bisschen mehr von diesen Dingern hier Ich baue jetzt erstmal das Haus weiter Samen Ich baue trotzdem das Haus weiter Okay Wir können gleich auch nochmal eine Aufnahmpause machen, wenn du möchtest Ja Können wir machen Dann machen wir das Ich baue erst noch die Samen hier ab Bestimmt sind das nur Saplings Nein, es sind Samen Sag Samen dazu Nein, es sind wirklich Samen Steht doch da Samen Ich spiele es auf Deutsch Das ist ja ekelig Ich weiß ja nicht Das ist ja ekelig Ekelhaft 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 Das ist beschämend Deine Mom Siehst uns alle in den Dreck Mit was denn? Jetzt ganz genau Mit deinem Niveau Genau Mein Niveau Ja stimmt, welches? Zum einen das Und zum anderen Bist du doch viel schlimmer Naja Da will er sich dir rausreden Ist so Guck dich mal an Jetzt kommst du Du mit deinem Niveau Ja ist so man Kinderflockenlade Kinderflockenlade Jetzt auch in ihrem Kino Wenn man eine Schokoladentafel entwerfen würde Und man sie Kinderflockenlade nennen Ja Das ist ja nicht Urheber geschützt oder? Das müssten wir demnächst machen Patent anmelden Und so Ja Würdest du mal ein bisschen kotzen 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 Und wir brauchen noch eine Schokoladenfabrik Wo kriegen wir hier? Ach die kriegt ja jeder dritte In jeder dritten Tafel Eine Schokoladenfabrik Auf jeden Fall Ich hole mehr Samen Ich hole mehr Samen Zum dritten Mal ja Ich hab's verstanden So Ja ich finde das Ich finde das Wort so toll Bist auch so müde ne? Ja Ich wollen mir gleich noch Pfannen buchen Ich glaube ich mach mir gleich Ich mach gleich einen Mittagsschlaf Genau Mittagsschlaf abends Ist das nicht? Das nennt sich dann Beischlaf Also nein Ich glaub nicht Neidschlaf Beischlaf Ist dasselbe Hast du noch Cobblestone? Äh ja Auch in meiner Kiste dürfte der Wecker sein In deiner Kiste? Ja ist so man Ich glaub dir alles raus Alles Alles Bis auf ein Kohlestück Lol Ruffelmann So ich hab jetzt 52 Samen Müsst du das mal reichen Gut äh dann sehen wir uns in der nächsten Folge da Bei der ETA Vorbereitung Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.